Das städtische Förderprogramm zur Unterstützung von gewerblichen Vermietern in der Tübinger Altstadt ist beendet. Bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen gingen im April und im Mai mehr als 220 Anträge von Eigentümern ein, die ihren Mietern einen Teil der Miete erlassen wollen. Fast alle davon konnten bewilligt werden. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen zahlte Zuschüsse von rund 220.000 Euro aus. Dazu kamen Mietnachlässe von privater Seite in Höhe von fast 500.000 Euro.